Im heutigen Videoclip stellt sich unser jüngster, weil zuletzt dazugekommener, aber erfahrenster Kollege im Sportruscher Team vor, der Falco. Bist du ein Morgen- oder Nachtmensch? Morgenmensch. Bist du ein Wettkampf oder ein Genussläufer? Früher ein Wettkampfläufer, inzwischen Genussläufer, Lebensläufer. Welches Lauf-Event ist dir in bester oder schlechter Erinnerung? Ich bin so viele Rennen gelaufen, zum Jahreswechsel kommt mir immer wieder der Silvesterlauf in Sao Paulo in den Kopf. Welche Eigenschaften sind dir an deinen Mitmenschen wichtig? Offen, verlässlich. Welches Hobby hast du nebenlaufen? Gesamte Sport und Musik, hauptsächlich Fußball und Musik. Worauf in deinem Leben bist du richtig stolz? Dass ich ausdauernd bin und mit meinen Mitmenschen immer respektvoll umgehe. Bist du eher spontan oder strukturiert? Ich bin eher strukturiert inzwischen. Früher spontan, inzwischen nur noch mehr Struktur. Wie definierst du Glück? Glück ist für mich Gesundheit. Wärme oder Kälte? Wärme. Was bringt dich auf die Palme? Die Querdenker. Die Querdenker untertrenkt! Wärme. Beide. Wärme. Wärme. Untertitelung des ZDF, 2020